Vier Jahre hat es gedauert. Jetzt haben wir es geschafft. Gemeinsam mit Partnern haben wir einen Pflanztopf entwickelt, der zu 100% nachhaltig, plastikfrei und kompostierbar ist. Hanffi besteht aus Hanf, Wachs und Glucose. Eingepflanzt verrottet er rückstandsfrei im Boden. Das schont die Umwelt und stärkt zugleich deine Pflanze in ihrem Wachstum. Wir brauchen deine Unterstützung, um unsere Hanffi-Produktion aufzubauen, damit wir Gärtnereien, Baumschulen und Anzuchtbetriebe mit Hanffi beliefern können. Die ersten Kunden haben wir schon. Sie wollen ihre Betriebe komplett auf Hanffi umstellen. Hilf uns, einen nachhaltigen und plastikfreien Pflanztopf auf den Markt zu bringen. Hanffi – für eine bessere Zukunft. D Schnell – für eine bessere Zukunft. Anscheinend